Puppenspiel-Tradition Puppenspiel-Tradition mit vielen unterschiedlichen Entwicklungen und Darstellungen in den verschiedenen Regionen und Staaten. Die deutsch-indische Gesellschaft Lübeck lud ins Figurentheater in Kolk ein und präsentierte Kaputli, eine Marionettentheatergruppe aus Rajasthan. Die Kunst des Marionettenspielens wird dort seit Generationen vom Vater an die Söhne weitergegeben. In Lübeck präsentierten sich Szenen aus dem Alltag, Liebesgeschichten, Schlangenbeschwörungen, kurz alles, was das lebhafte Interesse der indischen Bevölkerung auf den Jahrmärkten fesselt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Lela Pugaarum 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020